Geschätzte Astrologinnen, geschätzte Astrologen, wir beginnen mit dem Symposium in Graz. Ich freue mich, dass das VTA-Symposium das erste Mal in Österreich ist, in dem wunderschönen Graz. Das habe ich gestern schon ausgiebig besichtigt. Lohnt sich wirklich. Und wir haben ein Thema, Astrologie und die Ahnen. Und die VTA-Symposium hatten bis jetzt eine Tradition, dass wir ein Thema aufgreifen. Und meistens ist die Astrologie immer mit einem bestimmten Fachgebiet verbunden. Und dann haben wir in den Symposium jedes Mal eine Person eingeladen, die ausgewiesene Fachperson ist. Nicht unbedingt Astrologin, muss sie nicht sein, aber die von diesem Fachgebiet neue Impulse geben kann. Das werden wir heute haben. Susanne wird sie dann noch vorstellen. Sie wird dann um das Thema Epigenetik gehen. Und das ist für mich ein sehr spannendes Thema, das auch für uns Astrologen sehr spannend ist. Von der Stellung von der Astrologie in der Gesellschaft bietet das von mir her gesehen sehr interessante Möglichkeiten. Ja, vom Umfang her, wir machen Tonaufnahmen, keine Videoaufnahmen. Und die Tonaufnahmen werden später auf YouTube veröffentlicht, kostenlos. Das können dann auch andere Leute hören. Damit wollen wir im Internet einen Beitrag leisten mit hochwertigen astrologischen Inhalten. Und damit auch sichtbar wird, Astrologen, die diskutieren auch. Die sind vielleicht nicht immer einer Meinung. Aber da läuft ein fachlicher Diskurs. Ja, ich freue mich auch speziell als Gastgeberin Susanne Cerncic begrüssen zu dürfen. Sie wird jetzt durch den Tag und den Morgenmorgen auch führen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke dir. Ein herzliches Willkommen nochmal in Graz. Ich hoffe, ich habe alle begrüßt und habe niemanden vergessen. Wir haben in der Früh gleich ein Hoppala gehabt, das bei unserer Buchungsbestätigung bei neun draufgestanden ist, weil so viele verschiedene Sachen zu buchen waren, fünf. Und das war auf jeden Fall ein Kudelmudel von uns auch. Entschuldigung. Dann, wenn schon ein Vage-Aszendent ist bei Beginn des Seminars mit Venus, ganz schön gestellt. Aber Opposition zu Pluto, muss es irgendwelche Katastrophen geben. Und die sind natürlich eingetroffen. Und zwar ist Birgit Lummer, hat leider nicht kommen können. Dafür springe ich ein morgen für Sie bei den Mondknoten. Und Dieter Gollung hat auf der Herfahrt Herzprobleme gekriegt und liegt im Spital. Da wird an Rita Müller, Ferranti und Gabi Steiner dann nachher in die Praxis einspringen. Es wird ganz was Tolles auch sein. Also es ist eine kleine Veränderung. Aber bei dem Thema muss ja irgendwas sein. Und wir haben Mars Uranus im achten Haus. Da können die Emotionen dann schon einmal höher schlagen. Aber mit Glückspunkt im ersten Haus, mit einem Neumond heute im zehnten Haus. Wunderschön. Die Venus auch da in der Nähe dabei. Neptunin 6 muss bei der Organisation irgendwas schief gehen. Das ist irgendein Verbuchsel. Diese zwei Tage führen. Und ich möchte als erster Dr. Daniela Zettel begrüßen. Die Daniela und ich haben gesagt, wir werden uns kennen mindestens. Sie kam zu mir in die Praxis mit der Frage, soll ich mich selbstständig machen? Daniela ist Allgemeinmedizinerin, hat die Ausbildung zur Fachärztin für Geburtshilfe und Frauenheilkunde in Leoben gemacht, Master of Science und hat medizinische Genetik 2020 noch studiert. Das heißt, sie ist die Fachfrau für uns jetzt, Genetik, Epigenetik. Was natürlich auch zu dem Thema Ahnen und was vererben wir astrologisch, was vererben wir so hervorragend passt. Daniela betreut Schwangere auf die pränatale Diagnostik. Das ist auch ganz was Tolles. Also da geht es um die Schwangerschaft, was da schon alles ist und nicht passt. Also wenn ich jetzt du wäre, hätte ich wahrscheinlich schon sämtliche Daten dann von den Kindern. Das hätte ich dann nachher durchforschen, was war in der Schwangerschaft. Das wäre einmal eine Forschungsgeschichte, oder? Du erinnerst mich immer daran, genau. Aber der Tag hat nur 24 Stunden, leider. Daniela ist wirklich extrem ausgebucht. Und wenn wir mal telefonieren, sagt sie, du, mein Hebam ruft gerade an, ich muss ins Spital fahren. Und wenn ich so den nächsten Tag anrufe, sage, alles gut gegangen, sagt sie, ja, es ist dann noch eine gekommen. Ich habe zwei gleich gemacht in der Nacht. Und sie ist trotzdem in der Früh wieder auf. Ja, und wir freuen uns jetzt, du beschäftigst dich auch seit 20 Jahren mit der Astrologie. Und Arzt, Genetik und Astrologin, was kann uns Besseres passieren, wie die Daniela dazu haben? Ich danke dir ganz herzlich, dass du gekommen bist und wir freuen uns total auf deinen Vortrag. Danke. Danke. Applaus Liebe Susanne, funktioniert das Mikrofon? Matteo, ich freue mich auch noch ein bisschen. Ich hoffe, dass du noch ein bisschen weiterfährst. Susanne? Nein? Nein? Die Laufbücher geht ja nicht, da warte ich mal kurz. Liebe Susanne, vielen Dank für deine sympathischen und wärmenden Worte zur Einleitung. Wie du schon vorgestellt hast, würde ich gerne über die Epigenetik sprechen. Und die Epigenetik ist eine reversible Wechselwirkung zwischen dem Gen und der Umwelt. Erstens möchte ich mir den Begriff definieren. Der Begriff Epigenetik setzt sich eben aus Epi und Genetik zusammen. Und die Vorsilbe Epi stammt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich Über. Dieses Über ist jetzt bezogen auf die DNA-Struktur, also eine übergeordnete Regulationsebene. Der DNA übergeordnet. Was wird reguliert und wie wird es reguliert? Es wird ein biochemischer Prozess stattfinden an der DNA. Und diese DNA wird, so wie man es da unten auf diesem Bild schon erkennen kann, manchmal dichter gepackt sein und manchmal aufgelockert. Und je nachdem wie genießt, das ist eben durch diese epigenetischen Mechanismen möglich, wird eben die DNA ruhig gestellt, stabil gehalten oder eben für genetische Umsetzung verwendet. Und dieses Methylierungsmuster, das ist jetzt einer dieser biochemischen Prozesse. Das wird uns immer wieder auftauchen jetzt in dem Vortrag. Ich gehe gar nicht zu sehr ins Detail, aber eben diese Methylgruppen sind immer wieder Thema. Die können jetzt fehlerhaft sein. Und das weiß man mittlerweile, kann zur Krankheit führen. Was man auch weiß ist, dass dieser Methylieren-Status auf weiterfolgende Generationen vererbt werden kann. Da hier ist eine Stammzelle in der Mitte aufgezeichnet. Und das ist das, woraus wir uns eigentlich entwickeln. Die Stammzelle, die die genetische Information hat. Und durch diese Umwandlungsprozesse, durch diese biochemischen Regulationen, insgesamt haben wir 20.000 Gene im Körper, die eben umgeschrieben werden, in Eiweiße übersetzt werden. Und eben, dies wird möglich durch diese epigenetischen Mechanismen. Und daraus resultieren dann Muskelzellen, Augenzellen, Herzmuskelzellen, Blutzellen, Knochenmarkszellen und, und, und. Also da sieht man, wie komplex das ist und wie einfach das am Anfang eigentlich ist. Es ist eine Stammzelle. Das Epigenom eben, es gibt den Begriff Genom und Epigenom. Das reagiert eben auf, das reagiert auf Umwelteinflüsse und ist eben auch reversibel. Und die allererste Zeichnung, die ich gezeigt habe, ist, wo die DNA-Struktur manchmal dichter ist und manchmal lockerer. Das ist das mehr oder weniger An- und Abschalten der Gene. Zu den DNA-Fakten kann man erwähnen, dass es 46 Chromosomen gibt in der menschlichen Zelle, die aus 6 Milliarden Basenbahnen bestehen. Wenn man sich jetzt überlegt, wie groß ist ein Basenbaar? Das Basenbaar ist ganz links außen in der Grafik zu sehen, also Basen miteinander verbunden, 0,34 Nanometer. Mit 6 Milliarden Basen kommen wir jetzt auf 2 Meter DNA. Und diese DNA muss in einen Zellkern passen, der 10 Mikrometer Größe hat. Und das ist eben rechts aufgezeichnet, der Zellkern mit der 2 Meter langen DNA. Und das funktioniert eben wieder durch dieses Packaging, dass diese DNA ganz, ganz, ganz dicht gepackt wird. Der Mensch hat 50 bis 100 Billionen, das wird ja Gesamtlänge von 100 Billionen Meter DNA ergeben. Mit dieser Distanz könnte man 300 Mal die Sonne erreichen. Das Stammzellbeispiel vorher zeigt eben, dass aus einer Zelle verschiedene Zelltypen entstehen. Und insgesamt gibt es 200 Zelltypen, die alle eine spezifische Funktion ausüben. Wenn man jetzt in die Vergangenheit zurückblickt, war bereits der uns allen bekannte Aristoteles, der 300 vor Christus erstmals den Begriff Epigenese postuliert hat. Und gesagt hat, der Organismus entwickelt sich aus einem formlosen Klumpen. Viele, viele, viele Jahrhunderte später, dann kommt William Havell. Der ist eigentlich ein Mediziner gewesen, der den Blutkreislauf entdeckt hat. Der hat Venen und Atherien unterschieden. Hat aber eben auch Küken und Rehe seziert. Und hat dort herausgefunden, wir entwickeln uns schrittweise. Dann kommt mehr als 100 Jahre später Gregor Mendel mit der bekannten Vererbungslehre, den drei Regeln, Uniformitätsregel, Spaltungsregel und Unabhängigkeitsregel. Dann wieder 100 Jahre später August Weismann. Der war dann schon so schlau und hat gesagt, die genetische Information ist in eine Zelle gepackt oder in einer Zelle gespeichert. Und die Zelltypen, die 200 verschiedenen Zelltypen, entstehen durch die methodische Teilung, also durch die Zellteilung. Und das, was die Zelleninformation nicht gebraucht, wird ausgefiltert. Und daher weiß sie, was sie zu tun hat. In den 50er Jahren, also in den 40er Jahren 1942, kommt erstmals der Begriff Epigenetik, zusammengesetzt aus Epigenese und Genetik, aufs Tablett durch Konrad Waddington. Und der hat erstmals beschrieben, dass es zu einer Interaktion aus einem Gen und der Umwelt kommt. 1953 die Entschlüsselung des DNA-Codes durch Watson und Grieg. Einige Jahre später war es dann möglich, auch die Gensequenzen schon zu analysieren. Man konnte das ganze Genom aufschlüsseln. 1990 hat man dann eben diese chemischen Strukturen, diese Modifikationen, Methylierung und verschiedenste chemische Prozesse erkannt und wusste, das sind wichtige Regulatoren eben für die Genaktivität. Und um die Jahrtausendwende wurde dann das Human Epigenome Project gestartet. Was hat jetzt Epigenetik mit Vererbung zu tun? Dieses Bild zeigt eben eine schwangere Frau, die den Fötus in sich trägt. Und dieser Fötus wiederum hat die reproduktionsfähigen Keimzellen. Das heißt, in einer schwangeren Frau befinden sich eigentlich drei Generationen. Insgesamt muss man sagen, dass die epigenetische Vererbung sehr schwierig ist nachzuweisen. Die Wissenschaft sagt, man würde es erst mit der vierten Generation wissen. Und sie sagt auch, man muss streng, geht es um die Vererbung von der Mutter aufs Kind oder eben um generationsübergreifende Effekte, die Prägung des Fäden im Mutterleib. Daher habe ich zwei berühmte Evolutionstheoretiker gegenübergestellt, eben Darwin und Lamarck. Der Darwinismus ist wahrscheinlich allen bekannt. Der sagt eben, surviving of the fittest. Das heißt, der, der am besten angepasst ist, der wird überleben. Und aus der Zeichnung der Giraffen erkennt man, dass die großen Giraffen, einfach die, die der Umwelt besser angepasst sind, die kommen zur Baumkrone und werden überleben. Die kleinen nicht. Lamarck widersetzt sich dieser Theorie und sagt, der Phänotyp, also das Erscheinungsbild, ist erworben. Und er behauptet, die Giraffen mussten sich im Laufe der Evolution immer wieder länger strecken, dass sie zur Baumkrone kommen und haben dadurch eben den längeren Hals bekommen und können somit überleben. Die Epigenetik, also diese Medellierungsmuster, diese chemischen Muster sind sehr interessant an Zwillingen zu beobachten. Insgesamt gibt es eben ein Zwillingspaar auf 250 Geburten weltweit. Und eineiige Zwillinge haben eben dieselbe genetische Information. Vom Beginn des Lebens bis zum Ende des Lebens. Sie sind aber dann im Laufe des Lebens unterschiedlichen Lebenssituationen ausgesetzt. Sie leben in anderen Umweltbedingungen und dadurch entscheidet sich die Epigenetik. Das sieht man da hier sehr gut an den Chromosomen. Das ist ein Chromosomenpaar von jungen Zwillingen. Die gelb erscheinenden sind eben dreijährige Zwillinge. Und die haben noch ein sehr homogenes, ausgeglichenes Medellierungsmuster. Das heißt, das Verhältnis zwischen Unter- und Übermedellierung ist ausgeglichen. Das untererscheinende Rot und Grün sind eben 50-jährige Zwillinge. Und da sieht man, da ist die Balance nicht mehr so gegeben. Das heißt eben, selbe Genetik, aber unterschiedliche Epigenetik. Eben durch den Lebensstil. Ein immer völlig identes Genom. Und zwei eiige Zwillinge teilen sich ca. 50% der Genetik. Und wenn es jetzt um Krankheiten geht, ist das natürlich immer ein interessantes Thema. Wenn beide Zwillinge betroffen sind, dann ist man sich sicher, das ist eine genetische Ursache. Wenn jetzt nur einer der beiden Zwillinge betroffen ist, dann muss irgendwas zusätzlich noch passiert sein. Und die Grafik rechts zeigt jetzt eben die Häufigkeit von Krankheiten bei eineigenen und zweieigenen Zwillingen. Beispiel der Schizophrenie ist ganz gut zu verstehen. Da sieht man, dass bei den eineigenen Zwillingen ca. 50% Erkrankungsrate haben. Das heißt, in der Hälfte der Fälle erkranken beide. Und bei zwei Eigentüllingen sind es nur mehr 15%. Das heißt, Genetik ja, aber es ist nicht alles. Wie wir aus der systemischen Aufstellungsarbeit und aus der Psychotherapie wissen, vererben sich auch Traumen. Also die Narben gibt es in der Seele und die kindheitlichen traumatischen Erlebnisse prägen die Nervenzellen sehr stark. Und man weiß eben, dass Mutterliebe das Nervensystem beruhigt, Stresssystem eigentlich herunterfährt der Kinder. Und eben aus der systemischen Arbeit ist ihm bekannt, dass sich diese Traumen über Generationen vererben können. Das Positive daran, es ist rückgängig zu machen. Das heißt, man kann eben diese Erlebnisse überwinden und die Epigenetik des Einzelnen wieder neu schreiben lassen. Und was man jetzt in Bezug auf Resilienz, das ist auch immer ein Thema, auch sagen kann, ist, dass es eben individuelle Unterschiede auf die Resilienz bezogen. Und man vermutet auch, dass das epigenetischer Ursache sein könnte. Das Beispiel finde ich sehr lustig, weil da sieht man eben eine Königin und eine Arbeiterin. Und das betrifft jetzt die Ernährung und Epigenetik. Und man weiß eben, die Arbeiterin wird so groß, weil sie ihr Gelee Royale isst. Und die Arbeiterin bekommt ihren Honigbollenbrei. Geboren wurden aber beide mit derselben genetischen Information. Also da sieht man, was die Ernährung steuern kann. Und diese Methylgruppen eben, weil wir reden immer über Methylierungsprozesse, diese Methylgruppen sind eben in Nahrungsmitteln enthalten. Und richtige Spende von Methylgruppen sind Vitamin B12, Folsäure, Cholin und Methionin. Die Entstehung von Krebs im Körper ist natürlich ein komplexes Thema. Und da ist einerseits die Genetik, also jetzt wirklich die Veränderung der DNA-Struktur, und aber auch eben die Epigenetik ein Thema. Und auch dabei geht es jetzt epigenetisch betrachtet um diese Methylierungen, die sich in einem Ungleichgewicht verteilen und an einer Stelle zu viel sind und an einer anderen Stelle an der DNA untermethyliert ist. Und dadurch kommt es zu Fehlinformationen in der Zelle. Und diese beeinflussen sich gegenseitig. Also die DNA-Struktur und die chemische Struktur darüber beeinflussen sich gegenseitig. Man sieht da eben, dass die Mutationen sich auf die chemischen Strukturen auswirken und umgekehrt. Insgesamt gehen natürlich so ein Prozess Jahre voraus. Und die Tumorzelle ist an und für sich sehr instabil. Also das ist genetisch sehr, sehr, sehr fragil. Das Thema Epigenetik wird auch natürlich in der Medizin schon als Prognosefaktor, als Therapie, Effizienzfaktor, Fortschreiten von Krankheiten oder man weiß, hat man Krankheiten unter Kontrolle durch diese Therapie auch schon eingesetzt. Und die Therapie hat sich mittlerweile fixiert oder festgesetzt bei den Hämatologen. Das sind die mit den Leukämien, also Bluterkrankungen. Genau, und man sieht da hier in der Grafik eben, dass Sie verschiedene Prozesse eben auslösen können. Links ist eben die DNA-Ebene und rechts wäre die epigenetische Ebene. Noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Die epigenetische Erwung ist schwer zu beweisen. Wir wissen, dass Umwelteinflüsse, körperliche Aktivität, Ernährung, der Lebensstil, die epigenetische Landschaft sehr stark beeinflusst. Die Muster, die entstehen, sind reversibel. Aufgrund der Reversibilität ist es eben auch möglich, sie als Krebstherapie einzusetzen. Und das letzte Beispiel, noch ein lustiges Beispiel, finde ich, das sind zwei Fruchtfliegen. Die sind sehr gut entwickelt. Und das kommt dadurch zustande, dass vor der Pflanze, vor dem Sex praktisch ein zuckerreiches Mahl gehabt haben. Da sieht man die Zuckerwürfel. Und das soll zum Abschluss noch einmal den Zusammenhang zwischen Ernährung und Epigenetik bringen. Vielen Dank. Also das war hervorragend für uns Laien runtergebrochen, glaube ich, dass wir wirklich alles verstehen haben können. Genial gemacht, danke. Das ist nämlich, glaube ich, die Herausforderung für dich gewesen. Genau, in der Wortmeldung. Diese Worte für uns zu verwenden. Und wir haben jetzt zehn Minuten Zeit, dass wir noch Fragen stellen können, der Dr. Zettel. Und wer eine Frage hat, da gehe ich hin. Und vielleicht habe ich gleich eine. Bitte. Und zwar, ich habe einige Zwillingsfreundinnen, gleich halt mit mir, die sind mit mir in die Klasse gegangen und haben jetzt gleichzeitig die eine Pechtereff gekriegt und die andere Krebs. Ist das das, wo du sagst, zuerst sind es gleich, dann gehen sie auseinander, aber es klingt jetzt nicht schön, aber es ist ein Bauchspeicheldrüsenkrebs bei der einen und der andere, der geht es auch gar nicht gut. Ist das das, wo du meinst, am Schluss nähert es sich wieder an? Na, die Umwelteinflüsse. Das, was ich sagen wollte, ist, wenn beide Zwillinge an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkranken zum Beispiel, dann ist es ein Beweis dafür, dass das Genom, also die DNA-Struktur, dafür verantwortlich ist. Wenn jetzt beide verschiedene Erkrankungsmuster haben, was Neurologisches und der Tumorgeschehen zum Beispiel, dann würde das ja wohl auf Umwelteinflüsse auch sich beziehen. Das heißt, sie leben anders und im Körper passiert etwas anderes, eben durch diese Methylgruppen, die dann letztlich die DNA beeinflussen kann. Das ist spannend, weil die essen beide aus dem Dampfgater, rauchen nicht, trinken nicht, machen Sport, sind schlank. Die eine hat eine ganz glückliche Ehe, die mit dem Bauchspeicheldrüsenkrebs und die andere mit dem Bechtereff wurde, also manchmal sagt ja der Name auch schon was, in der Ehe sehr gedrückt, hat sich aber dann im Endeffekt noch befreien können und hält sich stabil. Und die andere getrunken, und das ist so spannend, dass man es dann auch astrologisch auch nochmal anschauen kann. Jetzt, wenn man Kumpin macht bei Zwillingern und sich das genau anschaut, sieht man ja auch nochmal, warum der eine das, der andere das. Also die Zwillinge, wenn sie jetzt nicht per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, sind ja circa eine halbe Stunde auseinander. 15 Minuten sind sie auseinander. Oder 15 Minuten, das wird ja schon wieder mit dem Aszendenten möglicherweise was machen. Sie haben es gleich, es ändert sich nicht für auch nicht die Häuser, aber dann werde ich noch weiter forschen. Ja, es muss was dahinter sein. Es muss was dahinter sein. Darf ich einfach du sagen? Bitte. Du hattest gerade was über die therapeutischen Möglichkeiten, vor allen Dingen in Bezug auf Leukämie, gesagt. Wie sieht das aus? Nehme ich dann jetzt irgendwie ein Präparat ein, was jetzt die Methyl-Dingster-Bumster-Chemische-Kette modifiziert in die gewünschte Richtung? Oder wie sieht das aus? Genau, es hält mehr oder weniger die DNA stabil. Okay. Genau, also das ist wieder die Ursprung. Also man weiß, das Methylierungs-Muster, das gesunde Methylierungs-Muster, das weiß man. Das läuft mit diesem APG-Nome-Projekt. Das heißt, du musst es immer mit einem Referenzgenom vergleichen können. Dann gehst du davon aus, das ist gesund und man versucht eben mehr oder weniger wieder das Gleichgewicht herzustellen. Und das geht medikamentös los? Das geht eben bei den hämatologischen Erkrankungen, sind es zugelassene Medikamente. Manche sind noch in der Phase 2, also kurz vorm Veröffentlichen, Phase 3 Studien. Aber es gibt einige. Dort funktioniert es auf dem Gebiet. Und könnte man jetzt ganz leihenhaft sagen, wenn es, was du da mit den Krankheiten, epigenetische Ebene, rein genetische Ebene, da so Unterschiede sieht und der Lebensstil offensichtlich, psychologische Faktoren eine Rolle spielen, dass man jetzt rein, ganz platt gesagt, über Ernährung schon eine Menge hinbekommen könnte? Genau, es geht ja um diese Methylgruppen, die eben in gewissen Nahrungsmitteln sehr reichhaltig sind. Eier, Bohnen, grünes Gemüse, Blattgemüse, das sind alles Spender dieser Methylgruppen, genau. Okay, danke schön. Bohnen, ich kann dir das einmal schicken, die grafige Blattgemüse, Erbsen. Na, jetzt wird mir gerade ganz schlecht. Ganz kurz ist nicht die Ernährung. Bitte. Hallo Frau Zettel, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin. Darum interessiert mich die Frage, was würden Sie uns empfehlen in Hinsicht auf Lebensstil aus dem Blickwinkel der Epigenetik? Also was könnten wir quasi für unser Leben abholzen? Stressreduktion. Geh dann. Geh dann. Gesunde Ernährung. Frisch. Also jetzt keine Fertigprodukte. Vollkornprodukte. Also Weizenmehl ist für mich jetzt persönlich auch ein Thema, zum Beispiel Klassen. Hallo. Kann man von diesen Methylgruppen, du hast eben gesagt, dass man in der Ernährung was für tun kann, also viel grünes Essen und sowas, kann man davon zu viel essen? Ich frage mal einfach, oder zu viel, also das ist eine Übersättigung von Methyl. Ja, wir zwei können gerne und viel essen. Also prinzipiell geht es da ja um Vitamine mehr oder weniger, ist es unwahrscheinlich, dass man das überdosiert. Jetzt ist es aus. Wo kann man ein vererbtes Trauma sehen? Oder wie kann man das feststellen? Jetzt genetisch? Ja, weil du gesagt hast, Traumen werden auch weiter vererbt. Eben, glaube ich, in der Prägung der Nervenzellen, also im Nervensystem. Okay. Ja. Tatsächlich? Ja. Okay, danke. Das heißt im Anschluss Prägung der Nervenzellen, das heißt so funktioniert ja dann auch unsere Aufstellungsarbeit, beziehungsweise wie kann man das machen, wenn man Nicht-Aufstellungsarbeit kennt, also jetzt im Normalfall, als Normalsterblicher? Ja, das ist jetzt nur mein Vergleich gewesen. Ja, ja, ist nur die Meinung, ja. Also, dass man es veranschaulicht, dass es reversibel ist. Na, da kann man zum Beispiel Nerven beruhigen oder viel Vitamin B oder solche Sachen, das meine ich. Genau, Vitamin B, es gibt Methoden mittlerweile. Also Ernährungstechnisch auch. Akupunktur, also ernährungstechnisch natürlich. Ja, okay, danke. Da fällt mir noch viel ein, Kinesiologie könnte man was machen, Therapie, Gesprächstherapie, die energetische Methoden anwenden, da gibt es ganz viel. Mir ist es nur eingefallen, weil du eben diese Generationen oft in der Aufstellungsarbeit hast. Genau. Und da sieht man es. Und ich weiß nicht, die Sabine Bode hat ja auch beschrieben, die Generationen, das sind Kinder, die gar kein Trauma gehabt haben, aber trotzdem depressiv sind. Wie funktioniert das, ne? Ja, da hat die Alexandra Kalzerkos, Dr. Alexandra Kalzerkos hat beim Astro Lammel einen Vortrag bei uns gehalten und die hat eben gesagt, dass das Kind auch in der Gebärmutter ja auch alles mitkriegt, aber auch von der Großmutter, weil die Mutter war ja auch schon wieder bei der Großmutter in der Gebärmutter. Und auch zum Beispiel, wenn es sagt, wenn eine Fehlgeburt ist, wenn eine Abtreibung ist oder was, das wird gespeichert. Das ist im System, ja. Das ist in den Zellen und wenn, jetzt stellt man sich vor eine Abtreibung, dann kommt wieder ein Baby wieder rein. Also jede Information gespeichert. Das hat ja Rudolf Steiner auch schon festgelegt mit seinen Feld, wie heißt es, Versuchen, die er gemacht hat, dass sogar tote Materie Asche Information hat. Also wenn man sich vorstellt, was wir zu uns nehmen, welches Fleisch zum Beispiel, ob wir zum Biobauern gehen, und der füttert es dort und schlachtet es dort, noch immer was drinnen, aber nicht so viel wie... Wie reichhaltig ist der Boden? Ja. Also die Erde selber, ich glaube, das spielt da eine Rolle. Ja. Welche Nährstoffe? Gibt es noch eine Frage, bitte? Nein, die Blätter sind nicht und es ist auch, wenn fotografiert wird, es nicht freigegeben. Ja, nicht zu verwenden. Ja, also das wird aufgenommen und das wird alles auf YouTube gespielt, aber die Powerpoint selber sind nicht zu verwenden. So. Zweimal. Jetzt fit noch mit mit Ilse Buck. Nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Danke. Da habe ich auch eine Frage, wird öfter an mich herangetragen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bei einer Abtreibung, wenn dann jemand keine Kinder mehr hat, dann würde sich das nicht vererben. Ist das richtig? Wäre es nicht im System oder wäre es seelisch im System? Weil C.G. Jung sagt, seelische Geschichten werden ja auch vererbt. Ja, aber an wen? Wenn es keine Nachkommen mehr gibt? Genau. Von der Epigenetik her wäre es dann logisch, es wird nicht vererbt. Genau. Okay, dann habe ich es verstanden. Danke. Ja, ich habe nur eine kurze Frage. Habe ich das richtig verstanden? Also ich werde mit einem bestimmten Gensatz geboren, aber die ändern sich dann, je nachdem, wie ich lebe. Die DNA-Struktur, also das Genom ist fix. Das ist in jeder Zelle, egal ob Hautzelle, ob Blutzelle, das ist fix. Da gibt es nichts dran zu ändern. Das, was sich ändern kann, ist die Modifikation, wie ist die DNA gepackt, wie ist sie biochemisch versorgt und das ist eben diese Epigenetik, das heißt der DNA übergeordnet. Achso, weil wenn ich jetzt ein Trauma habe, wie kommt das Trauma dann da rein, damit ich wiedergeben kann? Über die biochemischen Veränderungen. Achso, und umgekehrt kann ich jetzt also nicht durch einen guten Lebensstil meine Gene irgendwie aufpolieren oder irgendwie so? Nein, das ist fix. Da sind die Karten gemischt. Ja, die Genetik ist so ein Thema und es hängt mit unseren Ahnen zusammen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen wunderbaren Vortrag und wer weiß, vielleicht sagt jetzt die Schweiz oder Deutschland, bitte, wir wollen den Vortrag auch bei uns haben, schauen wir mal. Ich hoffe, du bleibst noch ein bisschen. Ich bleibst ein bisschen da, ja. Du bleibst ein bisschen da, sehr gut. Wir haben noch Zeit für Diskussionen. Brauchst du zum Umstecken für den nächsten Vortrag keine Zeit? Ja, ich hätte einmal eine Sache, wir haben vergessen, den Rolf Balkensberger vorzustellen. Der Rolf Balkensberger ist unser Oberguru vom VDA, vom Verein Deutschsprachiger Astrologenverbände. Das sind in Deutschland, Schweiz, Österreich, da sind wir eben drinnen im Vorstand und dann schauen wir, was uns alles einfällt für die Astrologen. Und eben einmal im Jahr, alle zwei Jahre ist ein Kongress woanders und das ist das erste Mal in Österreich, das wir veranstalten. Und das freut mich natürlich sehr, dass ich das ausrichten habe dürfen. Das freut mich. Danke. Er ist unsere gute Seele. Er macht alles. Er nimmt alles mit. Er macht alles. Er macht die ganzen Abrechnungen. Alles macht er. Und punktpünktlich. Fotos. Auf jedem Kongress machst du die Fotos. Also wirklich ganz toll. Ja, hat noch jemand Fragen? Und zwar voriges Jahr habe ich eine Studie gelesen, die sozusagen belegt, dass psychische, also Traumata sozusagen sogar über das Blut nachweisbar sind. Und das finde ich total spannend. Das ist eine wissenschaftliche Errungenschaft. Man verwendet ja diese Modifikationen jetzt auch als Biomarker. Das ist mit genau im Blut nachweisbar. Für sämtliche Themen. Ja. Also wie diese Faktoren oder wie diese Marker heißen, weiß ich nicht. Aber ich habe das so spannend gefunden, dass man das über das Blut sogar untersuchen kann. Das ist ganz, ganz. Faszinierendes Thema. Ja, aber das wäre vielleicht wirklich toll auch so. Was ist denn wirklich gut und was ist nicht so gut? Das wäre toll. Gibt es da wo Listen, die man allgemein für alle finden kann von der Ernährung her? Ja, sicher. Ja. Ich habe es sogar im Skriptum mit, aber ich wollte es jetzt da nicht reintun, weil es so viel Information ist. Aber ich habe es mit eigentlich, ja. Wie viel Verzögerung? Österreich ist relativ flexibel, also von der Zeit. Also wenn sie das ein bisschen verschiebt, macht es ja nichts, oder? Weil interessante Sachen, kann man nur einmal die Chance. Na bitte. Aufgeschlagen? Ja. Super. Spinat. Also das Methionin sind Aminosäuren meistens. Spinat, Sesam, Pfeffer in Nüssen, die Folsäure vor allem in Blattgemüse, Sonnenblumenkernen, Vitamin B12, im Fleisch, in der Leber, Schellf, in der Milch, Vitamin B6 im Fleisch, Vollkornprodukte, Nüsse, Sinne, vor allem aus den Eiern, aus dem Dotter, aus der Leber, Soja. Auch wenn das ein hormonbedingter Krebs ist, mit Eiern? Also die epigenetische Rolle jetzt von dem Cholin steht da auch noch, das müsste man differenzierter uns durchdenken vielleicht. Also es hat, es hat einen bestimmten, es beeinflusst einen bestimmten Prozess, müsste man nachlesen. dann Rotwein, das ist gut, Knoblauch, Erdnüsse, Bohnen, ja, das war es eigentlich so. Also Sie lösen unterschiedliche Prozesse aus im Körper, aber das... Genau, Ranschan. Du magst schon reden? Was hier heute nicht erwähnt worden ist, ist der Faktor Bewegung. Ich nehme an, das wird auch enorm wichtig sein, oder? Das gehört dazu, ja. Ich wollte zuerst ein Foto integrieren vom Arnold Schwarzenegger, das Beispiel. Dass das eben auch, also das Gedächtnis der Muskelzellen und so, die Steuerung an- und abschalten, das läuft auch über epigenetische Mechanismen. Ich wollte noch etwas zum Thema Trauma da sagen, Körper speichern und wie sie passieren. Ich habe das Glück, Dr. Dietrich Klinghardt kennengelernt zu haben und er hat in seinen Vorträgen immer gesagt, dass die Traumata, die können zum Beispiel auch mit zwei Jahren passieren oder drei Jahren. Du fährst eine Treppe runter, es kann auch irgendetwas sein, was für deine Eltern ganz komisch ist oder nicht so wichtig und nicht so relevant. Und der Körper hat immer, immer die Tendenz zu überleben. Egal was passiert, ob es im Krieg ist, auf der Flucht oder wenn er von der Rutsche runterfällt, der Körper will überleben. Damit der Körper überleben kann, speichert er all diese Informationen, Sachen, die wehtun, böse Erlebnisse, man weiss es zum Beispiel von Vergewaltigungen, vor allem bei Kindern, dass die völlig verdrängt werden und im Körper gespeichert sind, können sich nachher im Alter äußern über irgendwelche Krankheiten, die chronisch sind. Und da kommt niemand drauf, chronische Schmerzen zum Beispiel sind oft eine Folge von solchen verdrängten Traumata. Und die kann man einfach über diverse Möglichkeiten lösen. Also Psychokinesiologie ist eine ganz großartige Sache, Familienaufstellung und in der Astrologie können wir es auch erkennen. Aber eben das, ich finde das ist noch wichtig, dass man weiss, das ist eine Überlebensstrategie unseres Körpers, weil der Körper will überleben. Wir sind Natur, wir vergessen es nur immer. Ja, Zeremonienmeister, wie spät ist es? Was ich spannend finde an der Epigenetik, dass bis eigentlich das Genom entschlüsselt wurde, hat man gedacht, alles ist über Gene festgelegt. Und das war für mich ein sehr materialistischer Gedanke, hat mich nie befriedigt. Und das hat auch keinen Raum gelassen für Astrologie, also für, wir kennen in der Astrologie ja Vererbungen, wir können das auf Vaterseite sehen, auf Mutterseite sehen. Da gibt es verschiedene Muster, eben die können dort auch Generationen überspringen. Und das, was man dann gemerkt hat, mit dem Genom alleine, mit dem Entschlüsselten, kann man die Menschen in der Differenziertheit ja gar nicht erklären. Und das lässt wieder Raum offen, auch für Diskussionen halt die Astrologie mit einbeziehen, um vielleicht auch Vererbungen erkennen zu können. Vielleicht auch noch eine Generation zurückschaut oder noch mehr und dort vielleicht plötzlich wieder Muster sieht. Und die dann vielleicht in ähnlichen Fängtesachen, Traumatas, dann halt jetzt verdeckt wieder zum Vorschein kommen. Und noch eher etwas, das mich beunruhigt, ich werde auch mit, es gibt ein Buch von Boris Bondarev, das ist ein ausgestiegener russischer Diplomat, der hat ein Buch geschrieben. Der lebt jetzt heute unter Personenschutz und er hat gesagt, in Russland gibt es die Bedrohungslage von der Ethnogenetik. Dass die Russen dann wirst du vorwerfen, Medikamente zu entwerfen, die nur für ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen angreifen sollen. Und das finde ich ein schrecklicher Gedanke. Und das ist sogar von meinem Verständnis her von der Genetik auch nicht möglich. Aber es wird verbreitet, es ist ein Missbrauch, leider. Zum ersten Teil möchte ich da gerne was dazu sagen, weil du gesagt hast, astrologisch sieht man Vererbungen. Wir haben seit sechs Generationen jetzt Mond-Saturn-Themen im Horoskop. Alle Frauen, die Männer nicht. Und das ist auch ganz was Spannendes. Und meine Tochter hat jetzt vor zwei Jahren, ich habe nicht gewusst, kriegt es Mädel oder Bub, und sie hat immer gesagt, wenn ich ein Mädel kriege, kriegt es nicht Mond-Saturn, ich habe das aufgelöst. Und dann ruft sie, die Geburt fängt an, und ich komme zu ihr, das große Enkelkind holen, und sie liegt im Bett und weint, weint und sagt, Mama, heute ist Mond-Saturn-Konjunktion, ich kriege sich ein Mädchen. Und das war genau Mond-Saturn-Konjunktion. Und das heißt, und Erich Bauer hat einmal gesagt, da haben wir auch einen Vortrag bei uns, und dann habe ich gesagt, Mond-Saturn, und Erich kann ja was recht hinknallen auch, muss ich dazu sagen, und sagt, ja, ja, da hat es irgendwo in eurer Vergangenheit in der Sippe einmal von Frauen ein furchtbares Erlebnis gegeben, und jetzt werden alle Frauen Eisprinzessinnen, die sich abgrenzen, dass das nie wieder passiert. Und da habe ich lange drüber auch nachgedacht, und habe mir gedacht, das kann so viel sein. Du denkst bei Mond-Saturn an ganz andere Dinge. Wir sind tüchtig, wir sind fleißig, wir vergessen auf unsere Bedürfnisse und machen und tun und leisten, ja. Aber auch so Sachen könnten, bitte sein könnten, verstehen. Ich weiß, meine Oma zum Beispiel ist im Krieg in Gefangenschaft genommen worden. Sie war ein ganz junges Mädel, meine Mama war gerade vier Jahre alt, sie wollte nach Wien schauen, ob die Familie noch lebt, und hat gesagt, nein, die waren eh recht nett zu ihr. Und sie hat das Glück gehabt, sie haben es als Einzige dann freilassen, aber der Blick war ein anderer Blick. Wenn da was gewesen wäre, hätte man es nie gesagt, wisst ihr, was ich meine? Und wer weiß, was da war. Und es ist so spannend, astrologisch sich auch das an. Und wir vererben nicht nur solche Konstellationen, wir vererben auch ganz einfache Sachen. Wer sich mit Familiendynamik auseinandersetzt in der, also sie, meine Mama, der Schütze, Sonne und ein Zwillingsmond. Ich habe Sonne im Zwilling und einen Schützemond. Und meine Kinder sind eine Schütze-Aszendent und die andere Zwillings-Aszendent bei den Mädels. Also alles vererben wir weiter. Und es ist von beiden Sichten, ich glaube, die zu vereinen ist eigentlich die Krönung. Wenn man sagt, da sichtbar machen, da sichtbar machen, und wie geht man damit um, wie kann man es lösen? Aber es ist mittlerweile sehr komplex alles. Also die Analyse der Genetik, die Datenbanken sind voll. Zwillig. Ja, die platzen fast, ja. Also schließt sich meine Frage direkt an Susanne an. 20 Jahre Erfahrung in Astrologie, medizinische, genetisches Know-how ohne Ende. Wie bringst du das zusammen? Hast du da Gedanken, Ideen, Assoziationen zu, Hypothesen oder vielleicht sogar schon was ganz Fertiges? Beruflich? Also ob ich das hier... Als Astrologin ja auch. Also ich denke schon an die Astrologie beruflich, aber eher mehr, wenn es jetzt mich betrifft, in schwierigen Situationen, ist chirurgisch etwas, war es eine schwere Geburt. Und dann schaue ich meine Konstellationen an und denke mir, okay, gut, das war jetzt eine Herausforderung. Auf die Kinder selber jetzt schaue ich nicht so, weil die können in ein anderes System, denke ich mir. Und jetzt für die Beratung an sich als Arzt, lasse ich es eigentlich weg. Genau, weil das kann ich vom Richter nicht argumentieren, leider. Also da muss ich mich an Studiendaten halten und ja. Also für mich hat es einen ganz hohen Stellenwert für mein Leben persönlich, ja. Also mir hat sich ja auch die Frage aufgedrängt, ob du astrologische Forschung betreibst, also Medizin mit Astrologie. Und, aber ich nehme mal an, dass du trotzdem wahrscheinlich ein bisschen die letzten 20 Jahre, dir etwas aufgefallen ist, ja. Wenn zum Beispiel Frauen, die Endometriose haben oder wirklich im Monatzyklus, im Zyklus immer wieder Schwierigkeiten haben, dass dir Mondblut da. Hast du da nie reingeschaut? Nein, weil ich habe jetzt nicht die genauen Daten der Patientinnen. Also die kommen ja jetzt in medizinischen Belangen zu mir und nicht so wie zu Susanne mit astrologischer Frage. Oder, also schon aus dem Leben, aber astrologische Antwort, so weit komme ich gar nicht. Also man muss schon viel zusammenpacken in der Beratung. Es ist jetzt nicht nur die Medizin, sondern man sieht ja den ganzen Menschen vor sich. Aber so detailliert, dass ich sage, ich könnte das auch noch integrieren, das ist unmöglich. Das wollte ich als junger Arzt. Das heißt, was du aus der astrologischen Praxis nicht gemacht hast? Nein, nein, es ist ein Hobby. Und ein intensiver Gesprächsstoff zwischen Susanne und mir. Du kannst sehr viel. Ja, das Forschen wäre natürlich total interessant. Hat noch, ja. Silvia, bitte. Hallo, also ich war neulich bei einem, was war das, eine Art Kurzseminar in Zürich. Und da waren zwei Psychologinnen und die haben, es ging eigentlich um Epigenetik bezüglich Traumata. Und die haben behauptet, es sei noch gar nicht wissenschaftlich klar, dass es diese gibt, dass man das nachweisen kann. Und ganz am Ende von diesem Vortrag, oder was es war, ist eine schwarze Frau aufgestanden aus Amerika und hat gesagt, hat man denn nicht auch mal hingeschaut, was mit den Amerikanern ist, mit den schwarzen Amerikanern, die alle von Sklaven abstammen. Hat man da nie hingeschaut und die Frauen wussten keine Antwort, wissen Sie eine? Wo genau hinschaut? Bei den Schwarzafrikanern, sagt man, nein, Schwarza Amerikanern. Alle Schwarzen in Amerika sind Nachkommen von Sklaven, die müssen alle traumatisierte Vorfahren haben. Hat man da nie hingeschaut? Mir ist nichts bekannt. Auch nicht. Also man weiß mittlerweile schon genau, dass alle Holocaust-Nachkommen dieses Trauma ganz tief drinnen haben. Ich habe selbst ein paar Freundinnen, wo ich gesehen habe, wie das, obwohl sie in allen Welt aufgewachsen sind, aber das ist, und auch der Professor Christ Hummer, Schubert, der hat ja sehr viel in der Epigenetik geforscht. Und hat ja diese neurovegetative Folgen genau beschrieben. Also da sieht man auch, dass die Epigenetik schon auf einem großen Forschungsfeld auch viel erreicht. Ja, ich weiß zum Beispiel von meiner Mutter, die eigentlich, meine Oma sagt immer, meine Mama hat keine einzige Sirene im Krieg gehört. Aber wenn um 12 Uhr am Samstag die Sirene geht, schreckt meine Mama immer zusammen. Und meine Oma sagt sie jetzt kein einziges Mal gehört. Also Wir sind und wir noch ein bisschen Zeit haben. Wie wäre es denn, wenn wir alle ein bisschen aufstehen könnten vielleicht? Oder vielleicht muss man wo hingehen kurz? Oder so fünf Minuten Pause machen? Um halb zwei geht es nach Programm weiter. Und bitte für die Daniela einen tollen Applaus. Und bitte für die Daniela einen tollen Applaus. Vielen Dank.